Du darfst hier noch reingucken. Gespenster? Ne. Keine Nekromanten. Bitte nicht. Gut, das war's wieder. Ab zurück in die Festung. Die müssen wir gleich ausbauen. Wenn wir's denn können. Und dürfen. Aber es sieht nicht so aus. Uns fehlt komplett der Stein. Eins, zwei, drei. Jetzt können wir zumindest den Geschützturm oder die Kaserne bauen. Geschützturm. Gott. Ja, abwarten und Tee trinken, nicht? Ah, da sind die anderen schon unterwegs. Also so ganz schnell kommen wir nicht voran. Da fehlt noch so einiges. Holz brauchen wir einmal. Um dann später das Stadtrathaus bauen zu können. Das werden wir auch tun. Einmal kurz Holz. So. Da haben wir schon mal die Schmiede. Ich hoffe, wir können hier noch irgendwas bauen. Die Kaserne zum Beispiel. Ja, sehr gute Idee. Oh ja, und so langsam kriegen wir dann auch Leute ran. Jetzt können wir uns ja komplett um die Rekrutierung kümmern. Wir kriegen ja genug Geld. Wir brauchen dann demnächst bloß noch ein Kapitol. Und ich schätze mal, das werde ich bei der Menschenfestung bauen. Um dort dann eben zweifach zu rekrutieren. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo eine, einen Turm stehen haben hier auf der Karte. Ich denke mal eher nicht. Das wird der einzige Turm sein, so wie in der einen Kampagne auch. Oder unten links war. Ähm, bauen können wir nichts mehr, genau. Und hier lassen wir es. Na ja, schaut euch mal ganz in Ruhe um. Lange werdet ihr nicht mehr leben. Okay, wir haben jetzt das Stadtrathaus. Sehr gut. Und bauen auch den Greifenturm. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt können wir zumindest hier schon mal Leute rekrutieren. Die ersten wohlgemerkt. Aber wir müssen weiterhin warten. Auf Ressourcen, auf das ganze Zeug. Um dann weiter ausbauen zu können. Wie zum Beispiel den Magier-Turm. Der benötigt jetzt noch einmal Stein. Das wird doch wohl nicht zu viel verlangt sein, oder? So, Magier-Turm. Jetzt haben wir auch vier Magier und wir können nichts weiter rekrutieren. Das war's. Trauen wir uns damit noch mal in den Kampf. Diesmal gegen Kreuzritter. Na, das könnt ihr doch vergessen. Schaffen wir doch nie. Nie im Leben. Greifen Bastion wäre jetzt im Moment keine gute Idee. Wir sind kurz vor der neuen Woche und brauchen das Geld. So warteten wir. Bauen wir hier erstmal weiter aus. Das ist, glaube ich, wichtiger. Dafür brauchen wir allerdings noch mal Stein. Nein. Sehr gut. Aufgerüsteter Geschützturm. Vielleicht keine schlechte Idee. Das Kloster braucht Schwefel. Schwefel haben wir ja gar nicht im Moment. Rekrutieren wir mal die Leute. Das Geld wird demnächst sowieso alle gehen. Können wir noch was rekrutieren? Nein. Können wir hier noch was rekrutieren? Nein. Wir haben ja noch gar nichts hier. Okay. Die nächste Woche hat begonnen. Damit rekrutieren wir hier neue Leute und greifen jetzt mal die Kreuzritter an. Sehr gut. Dann werden wir demnächst hier Zitadellen und Schlösser bauen, um ein Kapitol zu gründen. Das war so klar. Dass die kämpfen wollen, war so klar. Magischer Pfeil auf den da. Hat leider nicht so viel gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, wir können zweimal zuhauen und wir müssen jetzt auf jeden Fall rangehen. Egal was wir damit erreichen und ob wir was damit erreichen. Sehr gut. Stell dich mal bitte vor den Magier. Und du greifst den da oben an. Na, das habe ich mir doch gedacht. Genau, hau mit deinem Stab zurück. Zwischen die nicht vorhandenen, ihr wisst schon. Und so. Weg ist der. Na, geh erstmal auf ihn. Jetzt holen wir uns den da mit den Obsidian-Wasserspeiern. Sehr gut. Ja, geht. Also es ist nicht doll. Eventuell schaffen wir es nicht. Genug Leute zu behalten, um noch einen Kampf zu bestreiten. Aber wir haben zumindest schon mal wieder etwas entfernt von unserer Karte. Sehr gut. Einfach Bogen schießen. Und Troglodyten bewachen das Artefakt. Na ja, gut, dann los. 68 Troglodyten. Na, das wird doch. Einfach wird das. Magischer Pfeil. Pause. Schießen. 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 Warum ist der eine weitergegangen als der andere? Vielleicht, weil er sonst ins Schussfeld kommt. Das ist gut möglich. Aber er ist bei denen im Schussfeld. Das ist natürlich nicht gut für die. Pause. Greif ruhig mal die da an. Sehr gut. Und das war's. Wow. Okay. Die Wunderrüstung. Alle Primärfähigkeiten werden um eins erhöht. Das ist perfekt. Genau das brauchen wir. Zurück in die Festung. Und warten auf neue Leute und darauf, dass wir endlich ein Kapitol bauen können. Dafür brauchen wir erstmal das Schloss. Und das Schloss benötigt zehn Ressourcen von Stein und allem anderen. vier Kristalle drei Edelsteine noch ein bisschen Schwefel und wieder zurück und hier werden wir bestimmt irgendwas bauen können, oder? Nein, weil uns ja der Stein fehlt. Dreck. Okay. Dann erstmal zurück in die Festung. Du guckst hier bitte nochmal nach. Sechs Edelsteine. Was können wir rekrutieren? Teufel? Teufel? Nein. Also, ja, wäre vielleicht schön so eine Armee aus verschiedenen Monstern zu haben, die wirklich alle auf der höchsten Stufe sind. Aber was bringt es mir, wenn die mir die Moral versauen? Das ist doch auch doof. So, das Schloss. Erst einmal die Zitadelle. Okay. Wo gehst du hin? Was machst du? Was machst du? Du hast einen roten Drachen und ansonsten irgendwelche Gestalten, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Wir müssen weiterhin warten. What? Die porten sich hier von einem Ort zum anderen? Keiner weiß genau, wo er landet. Bugermagier? Nein. Meister Gremlins? Ja. Auf jeden Fall. Die passen auch perfekt zu uns rein. Gut, dann reite mal wieder zurück. Dann hoffe ich, dass wir demnächst das Schloss ausbauen können. Brauchen bloß noch dreimal Stein. Eins, zwei, drei. Ein Schloss für uns und damit können wir im nächsten Teil das Kapitol bauen. Guck mal noch nach Gold. Tausend Gold, sehr gut. Ja, wir werden ja jetzt auch zehntausend dafür ausgeben, dass wir hier das Kapitol bauen. Na, schick, auch mit den Treppen. Toll gemacht. Ach, ich liebe diesen Turm. Eine meiner Lieblingsfestungen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Äh, was relativ unwahrscheinlich ist. Okay, ab nach Hause. Du wirst gleich neue Leute rekrutieren können, keine Sorge. Und wir werden auch alles wieder völlig neu ausbauen. Wir werden auch endlich hier alles ausbauen können. Wir werden jetzt erstmal was ausbauen. Wir werden jetzt nämlich das hier holen. Das Kloster. Nee, die bitte. Einmal eintauschen. Dafür gibt's das Kloster. Dann haben wir schon mal Mönche. Und wir können sogar noch rekrutieren. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, an diese Möglichkeit. Eventuell kriegen wir damit die Leute ja sogar überredet mitzukommen. Sich unserer Streitmacht anzuschließen. Das wäre optimal, aber ich glaube nicht dran. Nicht wirklich. So, nächster Tag. Neuer Tag, neues Glück. Und wir können nichts bauen, weil uns immer wieder Stein fehlt. Es wird Zeit, dass wir die Minen erobern. Gold Pavillon. Dafür können wir die Nagas einkaufen. Können wir hier noch irgendetwas bauen? Das Portal des Ruhms ist schon möglich. Wir brauchen bloß von allen Ressourcen jeweils 10 und das ist ziemlich teuer. Okay, kaufen wir erstmal die Mönche und vielleicht noch ein paar Greifen dazu. Und dann reite mal los, jetzt darfst du auch mal gegen Hellebadenträger kämpfen. Und sie kommen mit, oh Gott, sei es gepriesen. Sehr schön. Ein Glück. Jetzt haben wir auch die Nagas, sehr gut. Ah, dann geht's auch aufwärts. Aber ich würde mich mit dieser Streitmacht ungern noch mal denen darstellen, zumal die nur Artefakte bewachen und die sind nicht wirklich wichtig für uns. Für mich wäre eher wichtiger, an diese Ressourcen ranzukommen. Das heißt, du müsstest eigentlich kämpfen, aber das wirst du nicht. Du wirst jetzt auch hier stationiert. Genau, und darfst dann die Leute immer hin und her tragen. Das ist eine völlig verkorkste Festung hier. Ohje, ich sehe schon, das wird lustig. Diese Mission wird eindeutig lustig. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen eigentlich alles und irgendwie auch wieder nichts. Du tauschst mal bitte einmal Stein ein und guckst mal, was du bauen kannst. aufgerüsteter Greifenturm. Kreuzritter. Eine Zitadelle für mehr Leute. Ja, definitiv. Gut, weiter Ressourcen sammeln. Das sieht doch schon besser aus. Mein Gott, gut, dass wir die Hellebadenträger bekommen haben und dass sie sich uns nicht unbedingt in den Weg gestellt haben. Okay, dann können wir demnächst mal hier oben gucken, den Golem noch loswerden und wir brauchen dringend die Goldmine. Ja, und wir warten auf die nächste Woche. Die sind da unterwegs, fröhlich und fleißig und können jede Menge aufbauen und das ist schlecht für uns. Sehr schlecht für uns. Bis da rüber. So, weiter ausbauen. Aufgerüstetes Kloster benötigt nur zwei Stein. bauen wir. Dann haben wir Zeloten. Sehr gut. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch Stein. Eins, drei. So, dann haben wir schon mal fünf Stein. Eventuell können wir damit irgendwas bauen. Aufgerüsteter Pavillon oder aufgerüstete Golem-Fabrik. Naga Königen oder Eisengolems. Der Altar der Wünsche braucht noch ein bisschen mehr. Der braucht nämlich Kristalle. Na dann kommen Naga Königin. Die können wenigstens weiter laufen als die Golems. So, dann warten wir weiter auf die nächste Woche. Ganz gespannt. Freude strahlend kriegen noch einfach Bogen schießen und stellen uns schon mal in die Festung, denn wir wollen gleich die Leute weiter bringen. Gut. Okay, Wachstum, das heißt für mich Rekrutierung und am besten noch irgendwas ausbauen. Die brauchen eine Bibliothek, das ist ja auch neu. Alle Voraussetzungen für dieses Gebäude sind erfüllt. Die Bibliothek versorgt eure Magier mit zusätzlichen Zaubersprüchen, wodurch sie dann Erzmagier werden können. Wir brauchen hierfür noch die Kristalle, die haben wir zur Zeit nicht. Die Bibliothek braucht ebenfalls Kristalle. Alles so ressourcenlastig. Furchtbar. Können wir also erstmal nichts mehr bauen. Und deswegen ist diese Festung für mich vorerst fertig. Wir können uns den anderen Festungen widmen. Auch wenn wir jetzt schon wieder kaum noch Geld haben. Sehr gut. Und ihr werdet jetzt auf die Jagd gehen nach den Minen, die wir so dringend brauchen. Gibt es hier noch irgendwo welche? Nein. Wir müssen definitiv hier rüber. gut. Du bleibst dort, bis er dir die Männer gebracht hat oder die Kämpfer. Ich bin gerade am überlegen. Aufgerüsteter Greifenturm. Soll ich den bauen oder das aufgerüstete Wachhaus? Wir haben ja eh schon helle Badenträger. Wäre ja nicht verkehrt. Okay. Dann tauschen wir noch ein bisschen was ein. Nö, tun wir nicht. Gut, wir warten noch einen Tag. Einen Tag können wir verkraften. So, jetzt einkaufen. Alles was geht, alles was wir brauchen, um dort oben bestehen zu können. 10 greifen, 13 helle Badenträger und 9, naja, immerhin. Scharfschützen. So, die Scharfschützen kommen hier hin. die Zelloten dahin, Schwertkämpfer dort und die helle Badenträger hier. In der Hoffnung, dass wir es bestehen, wenn wir jetzt gegen Dida kämpfen. Natürlich wollen sie kämpfen, sie haben nämlich Kreuzritter in ihrer Mitte. Magischer Pfeil auf Dida. Na, komm ruhig näher, gar kein Problem. Sehr gut. Du gehst schon mal voran und darfst angreifen. Sehr gut, nimm die da. Nein! Dreck daneben geklickt und er darf nochmal. Jetzt sind die helle Badenträger natürlich in hoher Aufruhr, weil ich einen Fehler gemacht habe. Bude auf 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 die